Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Quatsche-Video, Rede-Video, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Ja, ich möchte mal mit meiner Community bzw. einfach euch allen sprechen. Ja, womit fange ich an? Ja, am besten mit dem Anfang, wie man so schön sagt. Wie ihr seht, mein Video-Upload ist ein bisschen weniger geworden und World of Tanks ist noch weniger geworden. Das hat mehrere Gründe. Punkt 1, Video-Upload. Momentan ist es ein bisschen schwierig mit Videos aufnehmen. Punkt 1, ich habe ab heute Ferien, sechs Wochen lang. Das bedeutet, ich fahre weg bzw. fliege weg und einmal fahre ich weg in Urlaub. Das werde ich euch aber nochmal Infovideo geben. Am 25. gibt es das letzte Video, dann bin ich erstmal für 14 Tage nicht da. Ja, da fliege ich nach Griechenland. Ähm, genau. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Äh, ja. Und dann am Ende der Ferien auch nochmal, also ich habe jetzt, wie gesagt, Ferien. Und bin einfach unterwegs, einfach mal entspannen und einfach mal wirklich die Seele baumeln lassen, wie man es so schön sagt. Genau. Ähm, ja. Woran liegt es, dass es nur so wenig World of Tanks gibt bzw. sowieso Streams noch über Paladins stattfinden? Also, die momentane Lage, die World of Tanks bzw. Wargaming in die Richtung des Spiels geht, gefällt mir überhaupt nicht. Also, das ging los mit dem Patch 9.19. Ähm, das war der letzte Patch, wo das verbesserte Zubehör und so ein Quatsch dazu kam. Ähm, ja. Äh, meine Meinung dazu ist absoluter Schwachsinn. Ähm, weil es ist einfach, ihr könnt dieses, diese Ranked Battles haben wir uns alle gewünscht. Wir haben alle gesagt, wir wollen Ranked Battles, aber nicht so. Kein Mensch möchte dieses verdammte Mist, sorry, wenn ich das sage, ist aber einfach so, Verbrauchsgüter, neue Sachen. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Dadurch wird die Spanne zwischen schlechten Spielern und guten Spielern noch, noch viel größer. Das bedeutet einfach, dass ein, Beispiel, Mailand macht einen sowieso schon fertig. Oh, er hat verbessertes Zubehör, dann habt ihr null Chance. Also, ähm, ja, oder generell gute Spieler. Die haben dann einfach so viel mehr Chancen und das Problem ist, man kann diese Ranked Battles ja nur auf Stufe 10 spielen. Ihr wisst das ja alle, es ist schon länger her. Das brauche ich euch ja nicht zu erzählen, ähm, dass es das nur auf Stufe 10 gibt. Äh, das Problem ist einfach, du kannst sie auf jede Stufe, kannst du dieses Zeug draufbauen. Auf jede Stufe, das bedeutet, du kannst auf eine Stufe 1 Panzer komplett ausbauen, dann lädt dir nur noch, weiß ich, halbe Sekunde oder so nach. Was sollen denn dann die Anfänger denken? Wow, ich komme hier rein und ich habe schon gar keine Chancen mehr, irgendwas zu machen. Ja, was ist das? Wargaming, bitte, bitte, bitte. Ähm, ja, und genau so dieser absolute Schwachsinn von, ich glaube, ich weiß nicht, ob das geblieben ist. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal, ich habe jetzt schon seit einer Woche, war ich nicht mehr im World of Tanks online. Ähm, ja, ist einfach so. Äh, da ist es so, ich glaube, das war so, oder ist immer noch so, habe ich mich jetzt nicht genau erkundigt, dass diese Ranked Battles nur von 8 Uhr abends bis 22 Uhr abends stattfinden. Das bedeutet, die Leute, die zu Hause sitzen, den ganzen Tag, beziehungsweise abends einfach Zeit haben, 2 Stunden zu zocken, die haben es gut. Die Leute, die unterwegs sind, was machen mit ihren Leuten oder keine Ahnung was. Hausaufgaben, erst nach Hause kommen, arbeiten dort oder, weiß nicht, generell unterwegs sind oder wie auch immer. Je nachdem, was man macht, haben keine Chance, diese Sachen zu bekommen. Ich habe keine Chance, diese Sachen zu bekommen, deswegen werde ich diese Ranked Battles auch nicht spielen. Das habe ich schon ungefähr von Anfang an gesagt. Das funktioniert nicht, ich bin nie von 8 bis 20 Uhr, äh, nee, von 20 bis 22 Uhr online. Also ist das für mich sowieso völlig Wumpe. Das bedeutet, die guten Spieler werden immer besser, die schlechten werden immer schlechter und die, die so mittelmäßig sind, haben gar keine Chance, wenn sie keine Zeit haben. Das bedeutet natürlich, World of Tanks ist natürlich zeitabhängig, ist ja auch klar. Ist ja auch der Sinn von einem Spiel, dass man da Zeit reinsteckt. Aber dass das dann noch so, so mit Vorgaben ist, das finde ich echt schrecklich. Also das ist wirklich so eine Sache, nein. Also ich hatte schon so einen kleinen Aufschrei in mir, als ich gehört hatte, dass es Verbrauchsmaterial, also neue Verbrauchsmaterial und Güter gibt. Und dass es nur wirklich Leute können, die kaufen können, die Stufe 10 kaufen. Also falls sich was geändert hat in der letzten Woche, dann habe ich es nicht mitbekommen. Dann tut es mir leid, falls ich jetzt was Falsches sage. Ich, wie gesagt, ich habe mich jetzt über eine Woche mit World of Tanks überhaupt nicht mehr befasst. Ja, mich nervt das einfach so ein bisschen. Und, äh, ja, auch noch so ein Thema, was World of Tanks betrifft. Und, ja, ich weiß, World of Tanks muss Geld verdienen, um ihre Leute zu finanzieren, um ihre Server und alles. Aber, ich glaube, World of Tanks ist einfach ein, so, hat schon, es hat ja schon eigentlich, es haben so viele YouTuber angesprochen. Äh, es hat einfach schon einen Pay-to-Win-Stempel, einen großen Pay-to-Win-Stempel. Weil, ähm, ihr kommt theoretisch nicht ohne einen einzigen müden Cent in dieses Game reinzupacken. Höher, das bedeutet, ein Zehner geht gerade noch so. Aber wie wollt ihr den finanzieren? Mit Fünfer fahren? Sechster fahren? Wollt ihr dann 5000 Battles spielen mit einem Fünfer, den ihr, naja, gut, okay findet, um dann einen Zehner zu kaufen, den ihr dann auch ausbauen müsst, dann noch anderes Zeug kaufen müsst und dann noch schön für den bezahlen müsst. Weil, wenn ihr verliert oder so, macht ihr ja mal 50.000 minus und dann mal 100.000 oder mal 70.000 oder mal 20.000. Ja, super. Ähm, das ist aber ein Thema, das es eigentlich schon immer gibt. Aber, das finde ich ja noch wirklich noch nicht mal so schlimm. Aber, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt seit gut fast zwei Monaten kein einziges Premium-Konto mehr gekauft. Ich habe keinen Cent mehr seit zwei Monaten in dieses Unternehmen reingesteckt. Ähm, wenn ihr kein Premium-Konto habt, ist es mein Gefühl. Sagt mir, wenn ich mich täusche. Also, ich denke so, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass wenn ihr kein Premium-Konto habt, dass ihr einfach in absolute Bot-Gefechte reingesetzt werdet. Und wenn ihr Premium-Konto habt, werdet ihr in so normale Matches reingesetzt. Ich hatte ja lange Zeit dauerhaft Premium-Konto, äh, lief alles gut. Und immer, wenn ich, wenn es leer war, äh, wurde ich nur noch in Mist-Gefechte reingepackt. Ja, das fand ich, äh, ein bisschen blöd. Ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt erstmal, ich bin froh, dass ich jetzt mal 14 Tage dann weg bin. Da kann ich, bin ich sowieso nicht am PC, da bin ich sowieso nicht hier. Da kann ich erstmal eine Pause von allem machen. Ich spiele gerade sehr aktiv Paladins, äh, ja, ich habe versucht eben gerade eine Runde aufzunehmen, geht aber nicht, der Server ist gerade in Wartung, deswegen. Wie gesagt, ich habe sechs Wochen Ferien, ich habe nur ein bisschen was anderes zu tun. Und, ja, aber trotzdem, äh, noch eine kleine Info. Bitte schickt mir keine Replays mehr, bis, äh, also ab heute nicht mehr. Ich nehme die, die noch da sind, dann bin ich ja dann weg. Das lohnt sich also nicht, die noch einzuschicken. Also, die werde ich auch nicht annehmen. Nur die, die ich jetzt noch habe, die werde ich noch kommentieren. Und dann, erstmal, bin ich ja sowieso weg. Und dann bin ich wiederkommen und geht es ganz normal weiter. Ja, ich muss nur einfach gucken, wie es mit Wargaming, beziehungsweise einfach War of Tanks weitergeht. Weil ich muss sagen, so macht mir das Spiel einfach keinen Spaß mehr. Die haben mir einfach, weiß ich, die Lust an War of Tanks geraubt. Ich weiß nicht, War of Tanks ist ein so schönes Spiel. Und ich finde, Wargaming hat es einfach mit unnötigen Patches, beziehungsweise unnötigen Sachen einfach komplett kaputt gemacht. Also, das spuren wir nochmal zwei Jahre zurück. Oder ein Jahr zurück von mir aus. Also, so ein paar Patches hätten sie ruhig weglassen. Und vor allen Dingen, es geht ja ein Shitstorm nach dem anderen. Schaut euch die Forums an. Forume, ach, keine Ahnung, wie das heißt. Da steht, also bei dem Patch, das seht ihr bei Alcaramba. Warte mal, ihr könnt ja mal hier gucken. Bei Alcaramba, es heißt Mecca-Video. Jeder YouTuber hat über dieses Thema ein Mecca-Video gemacht. Ähm, wir gucken mal kurz irgendwo. Klartext, das heißt hier Klartext, bei ihm heißt das. Und bei Motility heißt es Mecca-Video. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Ja, da wird auch bei, zum Beispiel bei Alcaramba, seht ihr auch, wie, äh, die Spiele machen. Also, die Entwickler von World of Tanks. Also, die Leute, die das Spiel programmieren. Die das Geld zu, zu sich holen. Keine Ahnung, sich, sich Gedanken machen, wie sie Geld verdienen und so. Haben, äh, nicht direkt alle, aber alle Leute, die eine Artisch spielen, haben sie als Autisten bezeichnet. Also, Entschuldigung mal. Äh, wenn ihr so eine verhasste Klasse auf den Markt bringt, die, glaube ich, so gut wie keiner mag. Und die Leute, die sie dann noch spielen, als Autisten zu bezeichnen, das ist wirklich fragwürdig. Also, da würde ich echt nochmal überlegen, was ist los. Also, zum Beispiel Sir Foch, das war ja ein früheriger Community-Kontributor, der hat beleidigt, der hat dann irgendwelche Schimpfwörter gesagt. Ja, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm, als wenn ein Spiele macht, ein Mensch, der dahinter sitzt und sich Gedanken macht, wie kann ich die Leute dazu bringen, mein Spiel zu spielen. Dann für eine Klasse meines Spiels einfach als Autisten zu bezeichnen. Also, hallo, geht's noch? Also, irgendwann ist ja mal, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich spiele, weiß nicht, ein berühmtes Spiel, zum Beispiel hier, GTA. Und es sagen, alle Leute, die den und den das Auto fahren, die sind Autisten. Also, irgendwie, ja, keine Ahnung. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ich fand, also, ich fand, das war wirklich, das ging mir wirklich, irgendwie, weiß nicht, da war ich echt irgendwie, wie soll man das sagen, fand ich echt total beschissen von Wolverine, auf gut Deutsch gesagt. Und sie haben vor allen Dingen nichts gegen Macht, also, gemacht gegen ihn, also, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr auf World of Tanks so geguckt. Ähm, und, ja, also, ich weiß auch nicht, irgendwie ist da, kriegen die sich alle nicht unter Kontrolle, genauso wie die von, äh, von, von Russland, die von Deutschland, also EU, und die von, wie gibt's, EN, glaube ich noch. Diese drei oder mehreren Teile, diese Sitze, diese, diese, wie nennt man das, äh, Hauptsitze von denen, die besprechen sich untereinander noch nicht mal ab. Das bedeutet, es gibt keinen wirklichen Chef von denen, vielleicht schon, aber die, die eine sagen, nö, wir geben diese Information nicht preis. Und einen Tag später macht die andere, ein anderes Land genau diese Information, also bringt genau diese Information. Oder was anderes, sie sagen, ja, das findet statt, und die anderen sagen, das findet nicht statt. Also, sie geben untereinander irgendwie Informationen, die irgendwie, sie selber irgendwie nicht so ganz auf die Reihe kriegen, also, ich weiß auch nicht. Ähm, das habe ich schon öfters erlebt, wie gesagt, ich bin schon fünf Jahre bei World of Tanks, spiele das ja aktiv. Und ja, zum Beispiel bei, also, jetzt nicht um das Spiel irgendwie jetzt zu, zu beschönigen oder so, ähm, Armored Warfare, das spiele ich aber auch nicht. Ähm, das ist zum Beispiel ein Spiel, da kann man jede Stufe ohne Probleme erreichen. Warum? Weil man kein Geld verliert, oder so gut wie nicht, und man kann Gold gewinnen. Und ich finde, World of Tanks gibt einem keine Chance, irgendwie Gold zu gewinnen oder Tagesbonus zu erhalten, wie das immer mal geht. Man geht rein, man kriegt was. Nein, bei World of Tanks geht ihr rein, fahrt Panzer, und wenn ihr Pech habt, schickt euch World of Tanks in absolute Mistgefechte. Und das kommt immer wieder vor. Also, da gibt es wirklich Tage, da könnte man wirklich, äh, ich weiß nicht, äh, das ist Wahnsinn, wirklich. Ich muss sagen, World of Tanks ist mein Lieblingsspiel, ähm, aber momentan steht es einfach auf der Kippe, und zwar wirklich auf der Kippe. Weil, äh, ja, ich, die Gründe, die ich eben gerade alle genannt habe, die gehören alle dazu. Ja, ich hoffe, ich habe es im Groben alles erwähnt, ähm, ich lasse es ungeschnitten, alles, was da drin gesagt wird, wird gesagt. Äh, ja. Denkt da mal so ein bisschen drüber nach. Also, ich habe mir vorgenommen, ich werde erstmal keinen Cent mehr in dieses Unternehmen reinstecken. Äh, ich habe genug ausgegeben, mir reicht das, äh, es, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, mal schauen. Auf jeden Fall eure Replays werde ich erstmal weiter kommentieren, ähm, ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Äh, meine Meinung steht fest, äh, ich finde, World of Tanks geht gerade in die völlig falsche Richtung. Und das ist einfach so eine Sache, die verstehe ich überhaupt nicht. Also, man hat aus so einem schönen Spiel, ein Spiel, das wirklich sehr, sehr viele Leute mögen, hat man sowas gemacht. Man guckt sich die Foren an, Shitstorm bis zum Abwinken. Der Nachlass, also, die, unser Clan, beziehungsweise sehr viele Spieler aus unserem Clan, oder relativ viele, sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, sind abgesprungen von World of Tanks und sind alle zu anderen gegangen, alle zu anderen Spielen. Ähm, verstehe ich vollkommen, verstehe ich vollkommen. Ich sage nicht, ich sage, ich würde nicht mehr sagen, bleibt bei World of Tanks. Ähm, ich sage, es ist eure eigene Entscheidung. Ich bleibe da, aber ich muss erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Und, ja, genau. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!